Wir erwarten ja den Besuch von Tsipras in der nächsten Woche und da wird in der Fraktion noch einmal klar formuliert werden. Wir wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Wir wollen, dass wir in Europa zusammenbleiben. Europa ist nicht nur eine Veranstaltung von Euro und Cent, sondern es ist auch eine Wertegemeinschaft. Gerade im Hinblick auf die großen Herausforderungen in der Außenpolitik ist es notwendig und wichtig, dass wir in Europa zusammenstehen. Zusammenstehen heißt aber auch, dass wir uns aufeinander verlassen können und deshalb muss Griechenland die Forderungen erfüllen. Und natürlich ist es nicht hinnehmbar und es muss Tsipras auch gesagt werden, die Art und Weise des Umgangs. Der Herr Tsipras kann eine Krawatte tragen oder nicht, das Hemd aus der Hose lassen oder nicht. Das ist uns völlig egal. Wir werden unsere guten Manieren aber nicht ändern. Aber es geht nicht, dass Wolfgang Schäuble in dieser Art und Weise attackiert wird und andere auch. Und es ist auch nicht akzeptabel, dass ein Regierungsmitglied im deutschen Fernsehen so lügt, wie es der Herr Finanzminister gemacht hat, wie jetzt auch nachgewiesen worden ist. Also die Manieren, die Sitten, das Benehmen muss anders werden. Aber wir wollen schon, dass wir beieinander bleiben und da müssen von Griechenland die Voraussetzungen geschaffen werden. Und da kann es auch keinen Nachgeben geben. Nicht derjenige rettet Europa, der jetzt nachgibt, sondern wer jetzt nachgibt, der gefährdet Europa. Und das muss klar und deutlich formuliert werden. Das werden wir heute in der Fraktion auch nochmal so sehen. Wir werden natürlich auch in der Debatte am Donnerstag darüber sprechen. Ich bin froh, dass wir in der Koalition die Position zu Griechenland gleich formulieren. Der SPD-Parteiförner Sigmar Gabriel hat dazu ja seine Position gesagt. Und so gehen wir dann in die nächste Sitzungswoche hinein. Wir sehen, dass wir in der Koalition zu Ergebnissen kommen. Wir haben eine lange, umstrittene Frage, nämlich das Deutsche Institut für Menschenrechte jetzt klären können. Es kommt ins Kabinett, kommt dann nächste Woche wahrscheinlich in den Deutschen Bundestag. Also man braucht manchmal etwas Zeit, um gute Qualität abzuliefern. Und das muss auch unser Anspruch sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.